Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Play Final Fantasy. Ja, wir stehen jetzt hier immer noch am Stall und ich muss jetzt mal eben gucken, was wir jetzt eigentlich machen müssen. Die Forst Fungi haben wir immer noch nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo ich die finden soll. Ich gucke mal eben. Der zeigt mir das auf der Karte an. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ich bin gerade hier. Die sind im tiefer Wald, wo auch immer das ist. Ach so, das ist dann von hier aus. Jetzt muss ich mal schauen. Okay. Jetzt bin ich wieder raus. Das sind, glaube ich, die Verbindungsstücke. Das heißt, ich müsste theoretisch dann hier raus. Das wäre wahrscheinlich der schnellste Weg. Und dann über Neugridania hier unten rein. Damit ich die dann endlich mal finde. Weil dann kann ich das hier oben nämlich auch abgeben. Und dann kann ich die Quest, die wir ganz am Anfang bekommen haben, abgeben. Das wäre natürlich super. Ich weiß übrigens nicht genau, ob wir mit dem anderen Account, den ich zwischenzeitlich hatte, ob wir das mit den frechen Nagern eigentlich abgegeben hatten. Ich habe es jetzt mal extra nicht abgegeben. Was sind hier? Flüsterhallen. Wir müssen dann zur Gelbschlangenfort. Da muss ich aber doch durch den Wald durch, oder nicht? Hm. Ich bin einigermaßen verwirrt. Aber egal. Wir versuchen es trotzdem. Also da hinten. Kann ich da durch? Wie komme ich da rum? Nee, das ist kein richtiger Weg, ne? Okay, schade. Ja. Also, es wäre natürlich sehr schön, wenn ich reiten könnte oder so. Moment, hier ist irgendwo ein Ausrufe. Zeichen sich gerade. Irgendwo da oben drauf, glaube ich. Hm. Da müssen wir dann später auch nochmal nachgucken. Wenn ich denen jetzt helfe. Aber ich glaube, die haben die sowieso alle mit einem Mal direkt kaputt gemacht. Ich wollte gerade sagen, wenn ich denen jetzt helfe, kriege ich dann da irgendwie einen Bonus oder so. Wäre natürlich auch schön. So, ich bin jetzt hier und ich muss rein theoretisch hier unten hin. So, habe ich das jetzt verstanden. Nee, dann komme ich zu neu. Kann ich hier irgendwie zurückgehen? Nee, kann ich nicht. Ich komme aus dem Nordwald raus. Aber ich muss auf jeden Fall erstmal zu Neugridan. Ja. Oder? Ich sage ja, also, solange ich am Auto fahren bin, ist Orientierung total meine Stärke. Aber wenn ich hier in so einem Spiel drin bin und da jetzt zig Varianten sind, wo man wie rumlaufen kann, dann könnte es schon mal unter Umständen etwas problematisch werden. Also, wir gehen jetzt erstmal auf diese Karte. Also, nicht wegen der Orientierung an sich, sondern bis ich dann verstanden habe, wo ich hin muss. Weil die Karte ist eigentlich recht übersichtlich. Aber ich finde sie trotzdem erstmal noch ein bisschen eigen. Liegt allerdings auch nur daran, weil ich sie halt auch nicht kenne, muss ich dazu sagen. Oh, wow. Was hat die denn für eine schicke Farbe an? Da muss ich mal ein Bild von machen. Das sieht richtig toll aus. So, dann schauen wir jetzt mal. Da sind noch ganz viele Quests in Rot. Das heißt, da dürfte ich die erforderliche Stufe nicht für haben. Haben wir ja letztes Mal schon festgestellt. Gucken wir mal eben. Genau, Stufe 60 sogar. Okay. Ja gut, das dauert dann noch eine ganze Weile. Jetzt muss ich mal schauen. Ich bin hier. Ich muss, denke ich, mal nach unten. Nehme ich zumindest an. Ob die eben so ist, kann ich jetzt nicht bestätigen. Gut. Da müsste ich jetzt theoretisch durch. Dann komme ich in tiefer Wald. Und ich denke, ich hoffe, ich glaube, dass ich da hin muss. So. Jetzt bin ich auf einer komplett anderen Karte. Okay. Äh. Äh? Forst Fungi. Der zeigt mir aber an, dass das hier auf der Karte sein soll. Und wo? Ach hier, Pilzbefall. Das war das ja. Okay, dann laufen wir hier mal einfach weiter geradeaus. Ach, guck mal. Hier sind auch die Baumhörnchen und die Marienkäfer. Okay. Wo sind denn die Fungis? Da hinten ist einer. Okay, das sind also so Pilze. Sag mir nicht, der hat die jetzt hier alle platt gemacht. Hm, ist einer. Nein, nicht du. Ja, komm. Juhu. Ich kann den nächsten Auftrag annehmen. Was stand da gerade? Sie macht ja fast gar keinen Schirm. So. Ähm. Drei muss ich noch erledigen. Hm. So, wenn ich jetzt heile. Doch heile ich mich aber automatisch. Okay, ich habe jetzt gedacht, das funktioniert eventuell nicht, weil ich mich nicht amüsieren kann. Hm. Wow. Wow. Sehr, sehr, sehr schön. Wir haben endlich diese blöden, äh, jetzt habe ich den Namen Forst. Forst war es, glaube ich, Fungi gefunden und können jetzt auch ein paar von den Quests abgeben. Wuhu! Dann gehen wir mal wieder zurück. Nach Neu-Kridan. Ja, keine Ahnung, ob wir da hin müssen, aber wir schauen mal, ob wir da irgendwo die Quest abgeben können. Rechts von uns können wir zum Beispiel was abgeben. Dann laufen wir doch mal hin. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass, äh, ca. die Hälfte Spiels mindestens nur aus Laufen besteht. Ja, ähm, wenn es jetzt schon der nächste Monat wäre und ich wieder Geld drauf hätte, würde ich normalerweise sagen, äh, ich gebe 10 Euro dafür aus, dass ich ein neues Reittier kriege. Beziehungsweise überhaupt ein Reittier kriege. Hallo! Kann man mit dir was machen? Oh, was möchtest du machen? Ungewöhnliche allergische Steine. Vorherig. Ungewöhnliche allergische Steine. Alt. Handel mit Gegenständen. Handel mit Gegenständen. Okay. Also mit denen kann man anscheinend handeln. Ist ja süß. Die kenne ich jetzt nur von unserer Anfragssequenz, wo wir gerade hier angekommen sind. Und wo ich noch gesagt habe, das sieht aus wie ein Skyrim, dass wir da mit dem, mit diesem Karren da hingeschifft worden sind. Mit dem Karren hingeschifft worden sind. Das war jetzt ein tolles Satz. Ah, je, je. Ach ja, genau. Bei dem Typ müssen wir das abgeben. Boah, was bist du denn für ein Riesenviech? Was sind das für Zeichen? Dieser komische Stuhl da oben. Also da. Dieser rote Stuhl. Ich möchte das gerne wissen. Falls das irgendjemand von euch weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich sehe das so oft und verstehe es überhaupt nicht. Mit deinem Sieg über die Forst Fungi hast du deine Qualität. Das Abenteurerin bewiesen. Sicher wirst du es in Gridania noch zu etwas bringen. Ich bin schon sehr auf deine weiteren Taten gespannt. So, was haben... Oh, cool. Ein Hanfhut. Okay. Eine Lederaugenklappe, die möchte ich natürlich nicht. Ein Zinnstück wäre natürlich nicht schlecht. Hm. Aber so ein Hut ist natürlich auch ganz süß. Ich glaube, kann man sich das angucken? Einen Hut habe ich gar nicht, ne? Ne, einen Hut habe ich gar nicht. Dann nehmen wir mal den Hut. So. Ähm, wo ist der Hut jetzt hin? Ach so, der war ja gar nicht im Inventar. Das war irgendwie ganz komisch, oder? Man, Steuerung I. Genau, Steuerung I, da war es. So, der Hanfhut. Den setzen wir uns jetzt mal auf. Haben damit unsere Werte etwas verbessert. Und schauen gar nicht mal so scheiße damit aus. Also, wir sahen vorher schon ein bisschen schöner aus, aber, naja, so richtig scheiße ist es nicht. Äh, Arsenal. Ja, das haben wir ja schon alles. Das wissen wir ja schon alles. So, wo können wir denn noch was abgeben? Ähm, der Weg des Druinen. Da müssen wir nach oben. Ach so, das ist beides, dass wir nach oben müssen. Okay, also die... Nachbartes Arsenal. Okay, also dann laufen wir einfach raus und gehen die nächste nach rechts. Na gut. Ich meine, ich sehe jetzt schon so ein bisschen wie so ein Droide aus, finde ich, mit dem Hut. Das ist irgendwie ganz cool. So, wo kommen wir denn aus? Schattenlaube. Das ist der Brief, den wir erstmal geben müssen. Keiner will ihn haben. Doch, du möchtest ihn, oder? Nee, du nicht. Aber bei dir können wir doch irgendwas machen. Was nimmt sich ein Nase, was von Abenteurerinnen wie du heraus, mich den Meister der Märkte anzusprechen? Meinst du etwa, ich würde jeder dahergelaufenen Müchtigernheldin mein hart erarbeitetes Wissen anvertrauen, nur weil sie die Frechheit besitzt, mich danach zu fragen? Ein Händler macht nichts umsonst, womit du zumindest eine Lektion von mir gelernt hast. Solltest du jedoch zufällig ein schmackhaftes Geschenk für mich dabei haben, so würde mir dann anliegen, würde ich mir dein Anliegen noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Nun komm schon. Dass Mjoon dich hierher geschickt hat, verrät mir bereits der Duft frischer Alpastete, der aus deiner Tasche aufsteigt. Gib sie mir schon her. Na gut. Was sein muss. Aha. Hm, diese luftige Teigkruste. Einfach himmlisch. Also gut, ich stehe zu meinem Wort. Pass gut auf, denn ich werde mich nicht wiederholen. Für eine angehende Abenteuerin wie dich gibt es alles Notwendige auf dem Palisandermarkt und in der Ebenholzpassage. Wenn du vor hast, Monster zu erschlagen, dann zieh gut gerüstet mit qualitativ hochwertiger Rüstung und Waffe in den Kampf. Derartige Ausrüstung suchst du am besten auf dem Palisandermarkt, der sich nach Süden erstreckt. Gridanische Händler genießen einen guten Ruf und achten sehr darauf, diesen zu erhalten. Du brauchst also keine Angst zu haben, dass man dir fehlerhafte Ware unterjubelt. Wenn du Arznei und Gemischtwaren suchst, dann wirst du in der Ebenholzpassage fündig, die sich nach Norden erstreckt. Die Regale der Händler dort sind mit Waren aus der Handelsmetropole Ulda. Voll, so. Wenn du dort einkaufen gehst, dann bring lieber etwas Zeit mit. Soweit alles verstanden? Gut. Wenn du etwas einkaufen willst, musst du zuerst den richtigen Händler finden. Bei ihm kannst du dich dann über die aktuellen Preise erkundigen. Das wusste ich aber doch vorher auch schon. Mehr muss ich dir mal nicht auf die Nase binden. Es führt eh keinen Weg daran vorbei, dass du dir die Stände selbst ansiehst und deine eigene Erfahrung mit den Händlern machst. Ich kann nochmal mit dem reden. Was ist das denn? Eine Abenteurerin, die nichts zu tun hat? Das kann ich gerne ändern. Ich habe eine Bestellung vom Klageregiment erhalten, kann mich aber gerade nicht selbst bekümmern. Würdest du die bestellten Sachen für mich abholen und bei der Pikenierin kein Goulette abliefern? Genauer gesagt geht es um drei Gegenstände. Eine Hornspeerspitze, Bienenwachsfett und ein robustes Strohsaal. Das bekommst du alles auf dem Markt, wenn du den Händlern ausrichtest, dass ich dich geschickt habe. Du hättest Arbeit und mir würde eine große Last von den Schultern fallen. So schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich bin einfach genial. Also abgemacht. Beeil dich. Der ist so gar nicht von sich eingenommen. Nein. Oh, die ist auch süß. Hallo. Hier ist die Rezeption für gehelfen. Was kann ich für dich tun? Ich glaube, das hat mir aber schon abgeschlossen beim letzten Mal. Ich bin mir nicht sicher. Hm, ein Schreiben von der Abenteurerin... Hm. Nicht fast. Ach so, ja, die mit dem unersprechlichen Namen. Genau. Verstehe. Ich will einige Gegenstände bestellen, die wir hier normalerweise nicht führen. Aber warum macht sie das so förmlich in einen Brief und kommt nicht persönlich bei mir vorbei? Ich beiß da doch niemanden. Ja, das hatten wir auf jeden Fall. Aber ich lese es trotzdem nochmal vor. Nur weil wir Gridania nicht gleich jeden Dahergelaufenen fremd mit Küsschen und Umarmung begrüßen, heißt das noch lange nicht, dass man nicht mit uns reden kann. Ich sehe doch ein, dass wir zu euch Abenteurern vielleicht etwas freundlicher sein sollten. So, links müssen wir noch mit einem sprechen. Oh, das sieht so süß und kindlich aus. Ich weiß, das ist ein anderer Spieler und eigentlich... Hä? Ach so. Links müssen wir gar nicht mit jemandem sprechen. Was war das? Sind zwei Fliegen mit einer Klappe? Ist hinter uns da. Ja, reinspaziert, ja, reinspaziert. Heute gibt es tolle Sachen im Angebot. Wie bitte? Du willst für Pasemontrett etwas abholen? Dann sag das doch gleich. Hier hast du das bestellte, robuste Strohseil. Okay, dann gucken wir hier unten noch. Da ist einer. Guten Tag. Herzlich willkommen, Abenteurerin. Was ist dein Begehr? Du kommst im Auftrag von Pasemontrett. Gut, ich habe das Bienenwachsfett schon bereitgelegt. Hier, bitte sehr. Danke sehr. Wir haben noch geschlossen. Ach, Pasemontrett schickt dich, um die Hornspeerspitze zu holen. In Ordnung. Hier ist sie. Dankeschön. Aber wo muss ich jetzt hin? Das weiß ich nicht. Aber hier oben habe ich zwei... Genau, da haben wir sogar... Freche Nager. Ach so, das kann ich auch da oben abliefern. Ich gehe immer mit der falschen Maustaste. Ich weiß nicht, warum. Ich drehe mich dann beim Stehen richtig um. Aber wenn ich dann weiterlaufe... Ach, war der niedlich aus, der Kleine. Wenn ich mich dann eigentlich umdrehen will und in die Richtung weiterlaufen will, gehe ich mit der falschen Maustaste. Ich weiß auch nicht. Ich sage ja, die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, ich wollte nicht mehr damit anfangen. Ich weiß, ich weiß. So. Ich komme erst mal zu dir. Hi. Du bringst die Lieferung von Pasemontrett. Ähm, ja. Ach so, es sind ja alle drei. Genau. Das, das und das. Bitteschön. Wunderbar. Genau, das hatte ich bestellt. Ich hätte nie gedacht, dass Pasemontrett so schnell liefern kann. Ich bin beeindruckt. Du hast dir einen guten Herrn ausgesucht, von dem du noch viel lernen kannst. Dankeschön. Ich behalte dann einfach mal das Geld und gib ihm nichts ab. Hi. Du hast die Baumhörnchen erledigt. Vielen Dank. Das mag eine einfache Aufgabe gewesen sein, doch vielleicht war es ein erster Schritt zu großen Taten. Ich glaube, du wirst es als Abenteurerin noch weit bringen. Und ich glaube, dass wir diese Quest doch schon vorgelesen hatten. Du willst wissen, was mit Abenteurern ist, die solche Aufgaben nicht schaffen? Solche Pfeifen werden hier nicht glücklich und verschwinden ganz schnell wieder aus der Stadt. Du wirst bald schon sehen, wohin. So, da hatte ich nämlich die Stiefel bekommen. Jetzt weiß ich wohl nicht. Das sind wahrscheinlich dann Füße, ne? Steht hier Füße? Ja. Fünf und zehn. Ah, die Magieabwehr. Na, das ist natürlich doof. Die Magieabwehr ist etwas schlechter. Aber die sehen halt so schnieke aus, ne? Ich nehme sie trotzdem mal mit. Ach ja, ich weiß, es ist nichts für mich, weil ich noch keine Stufe fünf bin. Was bin ich denn gerade? Doch, ich bin Stufe fünf. Hä? Willst du mich vergaggeier? Warum kann ich die jetzt nicht anziehen? Anprobieren. Ja. Okay. Aus den Speichern. Ich würde es eigentlich erst mal gerne rein... Ach, das ist für einen Krieger. Scheiße. Hätte ich da doch vorher drauf geachtet. Och, nö. Das ist doch doof. Ich finde die so schön. Und die würden ja auch super passen. Gerade zu einer Magierin. Toll. Und jetzt kann ich die nicht nehmen. Eben, weil ich eine Magierin bin. Wo das halt super gut so passt. Das finde ich jetzt doof. Fast wie zu Hause. Ich musste ja noch Bericht erstatten. Okay, dann mache ich das jetzt mal. Dann laufen wir aber nach rechts. Habe ich hier eigentlich schon mal? Hier habe ich doch schon mal. Ah ja, habe ich schon mal. Ach, so kann man. Ah. So kann man sich also teleportieren. Verstehe. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich vielleicht da unten hingekommen wäre. Aber egal. Wir laufen jetzt. Und das ist auch noch. So. Mit dem obersten Seher sprechen. Geht denn hier ab? Hier muss ich jetzt auch nirgendwo hin. Der Weg des Druinen. Ach, da müssen wir dann nochmal hin. Okay, verstehe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich jetzt für die gemacht habe. Ich glaube, das war die Sache, dass ich da zu dem einen hingelaufen bin. Und ich da jetzt die Quest gemacht hatte. Aber ich bin mir ehrlich gesagt jetzt überhaupt nicht mehr sicher. Hier ist noch einer. Hatte ich dich schon angeklickt? Nee, anscheinend nicht. Okay, perfekt. So, dann schauen wir mal. Ich würde doch gerne wissen, wie die anderen es eigentlich immer schaffen zu sprinten. Weil ich kann komischerweise nie sprinten. Ach, ich wollte doch eigentlich in die andere Richtung, Mist. Da wollte ich doch gar nicht hin. Was hat die denn für ein Kleidchen an? Finde ich aber mein kurzes Schottenrückchen viel schöner. So, mal eben gucken. Ach so, das ist... Äh, nee, oder? Ja, toll. Hättet ihr mir das nicht vorher sagen können? Dann kann ich auch wieder zurücklaufen. Weil die andere Karte wollte ich nämlich danach machen. Ei, 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 ei. Jetzt weiß ich, warum die Episoden immer so lange werden. Aber ich gebe zu, ich würde das gerne noch eben auf die Schnelle abgeben, bevor wir hier Schluss machen. Das Laufen ist zu mühsam. Ich will endlich ein Reit hier haben. Ja, wie gesagt, das finde ich bei Teso wesentlich... Äh? Ist das hinter mir? Wesentlich... Ach so, das ist hier durch wahrscheinlich. Wesentlich besser gemacht, dass man sich da direkt theoretisch direkt von Anfang an ein Reit hier kaufen kann. Praktisch hat man natürlich nicht das Geld dazu, aber man kriegt zumindest... Naja, gesagt bekommt man eigentlich nicht, wo eins ist, weil ich habe die ersten, weiß ich nicht, 40 Level oder so gemacht, ohne dass ich wusste, dass es ein Reittier gibt. Nee, Reittiere nicht, ohne dass ich wusste, wo der Stall ist, wo ich das Reittier dann schneller machen konnte. Das war mein Problem. Willkommen zurück. Wie ich sehe, hast du deinen ersten Auftrag unbeschadet überstanden. Du hast den ersten Schritt auf dem Weg zum Druiden getan. Ach ja, ich habe die Viecher da kaputt gemacht. Indem du dem Wald mit der animistischen Magie geholfen hast. Wir heilen, erteilen göttlichen Schutz und manchmal zerstören wir für einen guten Zweck. Darüber, wenn es richtig ist zu zerstören, tagt der Rat der Seher mit den Gebietern. Den Naturgeistern des Waldes und eine solche Entscheidung wird niemals leichten Herzens gefällt. Da bist du nicht die Einzige, die mich so erstaunt anguckt. Du musst wissen, dass wir Druiden viel Einfluss in Grindaria haben und somit eine große Verantwortung auf unseren Schultern lastet. Doch zuerst wollen wir uns auf deine persönliche Ausbildung als Druiden konzentrieren. Bitte nimm dieses Bestarium an dich. Darin findest du die Namen von Kreaturen, die eine geeignete Herausforderung für Druiden darstellen. Es gibt viele Wege, die animistische Magie zu meistern. Aber wann immer du auf der Suche nach Führung bist, solltest du einen Blick ins Bestarium werfen. Tu nun das, was du bereits im Wald getan hast. Atme tief ein und spüre die dich umgebende Energie. Dann nimm den Stab und fokussiere die magische Energie da drin. Mithilfe einer solchen Druidenwaffe wirst du fortan deine Zauber weben. Du brauchst noch etwas Übung. Komm mal wieder, wenn du ein besseres Gespür für dich und deine umgebende Energie entwickelt hast. Ups, irgendwas mit Stufe 5 stand da gerade. Ich hab Rosinen bekommen, okay. Ich find Rosinen eklig, aber okay. Gut, abschließen. Moment, kann ich hier schon direkt was machen? Möchte, dass du mehr über das Wesen der Erde lernst. Okay, werden wir auf jeden Fall machen. Falls ich das schon machen kann. Aber ich werde hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und falls wir dann weiter lernen können bei der Druiden, dann machen wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.